Hier im Apostelhaus haben viele von uns eine Sehnsucht, dass schwache Menschen getragen werden, dass traurige Menschen wieder Freude bekommen, dass verletzte Menschen geheilt werden, dass sehnsüchtige Herzen inspiriert werden, dass sie wirklich Kraft und Leben tanken können, um dieses Licht zu sein, das die Welt so sehr braucht. Und vielleicht hast auch du diese Sehnsucht, diese Sehnsucht, deine Welt zu verändern, in deinem Arbeitsplatz, in deiner Uni, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Schule. Und um wirklich dieses Licht sein zu können, brauchen wir diese Kraftquellen. Wir müssen uns immer wieder um Jesus versammeln und so wollen wir hier einmal im Monat als Apostel zusammenkommen und die Heilige Messe feiern an einem Sonntag, um wirklich in diesem Gebet, das das stärkste Gebet überhaupt ist, in diesem Lob Gottes, dass jeden Lobpreis übersteigt, in der Heiligen Messe all diese Anliegen, all diese Sehnsüchte einfließen zu lassen, Jesus zu hören, ihm zuzuhören und einander zu begegnen. Daher herzliche Einladung zum Apostel Sonntag. Es wird im Rahmen des Apostel Sonntages auch Angebote geben zur Inspiration, zum Krafttanken. Dazu werden aber gleich mehr Infos eingeblendet, hier unten. Und ich sage nur herzliche Einladung und spread the word.